Prolog. Als am 4. März 1945 der Feldwebel Kurt Hennemann kanadischen Soldaten gegenübersteht, wird ihm bewusst, dass dieser Krieg für ihn vorüber ist. Italien, Tunesien, Frankreich und Holland liegen hinter ihm. Lediglich eine Woche lang kämpfte er auf deutschem Boden. Hier im Reichswald zwischen Duisburg und holländischer Grenze nimmt seine Odyssee als Angehöriger der deutschen Wehrmacht ein Ende. Kriegsmüde und frustriert fasste er den Entschluss, sich aus freien Stücken in Gefangenschaft zu begeben. Er wird nach Betoné in Frankreich in ein Kriegsgefangenlager verlegt, wo er in einem Kohlbergwerk arbeiten muss. Hier glückt ihm die Gründung eines Lagerorchesters unter dem Namen Corona Hestin, mit dem er unter anderem die von ihm geschriebene Operette Kanonen um Barbara Uhr aufführt. Der am 12. Februar 1919 in Kreisfeld im Mansfelder Land geborene Kurt Hennemann wächst in Magdeburg auf. An dessen Theater hat sein Vater eine Anstellung als Waldhornist. Nach seiner Ausbildung ebenfalls zum Hornisten wird Kurt als erster Bastubist am Stadttheater Magdeburg tätig. 1937 tritt er der Luftwaffe bei. Zehn Jahre später, am 31. Dezember 1947, wird er aus französischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Ab April 1948 ist er Kapähmeister des Gemeinschaftsorchesters in Schönebeck. Aus diesem geht ein Jahr später das Kulturorchester Mittelelbe hervor. Im Jahr darauf lernt er im Schönebecker Stadtpark die Stenotopistin Dorothea Christa Nauland kennen. Sie führt er 1951, dem Jahr seiner Ernennung zum Musikdirektor, zum Standesamt. Man zieht zusammen in ihr Elternhaus in der Schönebecker Wilhelm-Helgestraße. Vier Jahre später, am 11. April 1956, bringt sie einen pausbeckigen Jungen mit 4.130 Gramm Gewicht und 56 Zentimeter Körpergröße zur Welt. An diesem Tag steht der Song Tiritomba von Margot Eskens an der Spitze der deutschen Single Shards. Micky wächst gut umsorgt auch von den Großeltern in einem relativ gräumigen Haus auf. Keller und Dachboden sind dunkel und geheimnisvoll. Die Flora des Gartens umgibt ihn mit Farben und Gerüchen. Opas Werkstatt mit Hammer, Hobel und Säge bietet sich als faszinierender Spielplatz an. Es ist schon recht bizarr, wenn er seine Faxen auslebt. Er zieht sich seine Hosen bis zu den Kniekehlen herunter und rennt den Gartenweg auf und ab. Dabei schreit er irgendetwas Undefinierbares. Nachbarin Gerda Z. Nicht nur mir wollte er sein Genital zeigen. Auch fremde Personen vor der Gartenforte sprach er an. Ohne eine Reaktion auf seine Frage, Tante, willst du mal meinen Puller sehen, abzuwarten, zog er diesen beträchtlich in die Länge. Von Stunde an nimmt Micky die beruflichen Aktivitäten des Vaters wahr. So bekommt er einen ersten und engeren Kontakt zur Musik. Montags und donnerstags sind von 10 bis 13 Uhr Orchesterproben. Sie finden im Theater der Freundschaft, dem späteren Kreiskulturhaus Schönebeck, statt. An den Wochenenden gibt man Konzerte. Ansonsten ist Kurt meistens daheim. Er schreibt und spielt. Schreibt Noten, steht vom Schreibtisch auf, setzt sich ans Klavier und dann zurück zu Federgriffel und Tintenfass. Im Rahmen von Anrechtskonzerten führt das Orchester unter anderem Beethoven-Sinfonien auf. Dies sogar in den Kneipenseelen der Dörfer in Magdeburgs Umkreis. Zwölf Wochen im Jahr ist man zu Gastspielen in verschiedenen Ostseebädern engagiert. Micky und seine Mutter gehen mit auf Tournee. So auch im Juni 1961 nach Kühlungsborn. Hier wird ihm das Meer zur zweiten Heimat. Im Rahmen eines Hafenkonzertes drückt der Vater dem Spross seinen Stab in die Hand. Klein Micky darf das fast 40-köpfige Orchester dirigieren. Anfang August besucht Ruth Bordfeld mit ihrem Mann Alfred für ein paar Tage ihren Bruder Cord. Gemeinsam liegen die Familien am Strand. Onkel Alfred hat die Arme hinter seinem Kopf verschränkt und beobachtet die schönen Wetterwolken. Micky wundert sich über ein kleines blaues A unter dessen Achselhöhle. Der Onkel bemerkt dies und nimmt blitzschnell seine Arme herunter. Nun konzentriert sich Micky auf dessen Füße. Warum dem Onkel denn der große Onkel fehle, will er in Erfahrung bringen. Jetzt beginnt dieser aus dem Nähkästchen zu plaudern. Micky hört Wörter wie Ostfront 1941, Minus 40 Grad, Heeresgruppe Nord, Panzerarmee. Und Moskau. Hier wird nun sein Onkel, der ehemalige Tiger-Panzerfahrer der Waffen-SS, ausführlicher. 40 Kilometer vor der sowjetischen Hauptstadt habe er mit seinen Kameraden gestanden. Die Kreml-Türme konnte man bei klarem Wetter bereits erkennen. Einen heiligen Abend auf dem Roten Platz haben die Offiziere versprochen. Kamen dann die Kosaken und haben euch vertrieben, will Micky wissen. Onkel Alfred verneint. Schneesturm, Kälte und Frost, der das Blut in den Adern gefrieren ließ, waren die wahren Feinde. Seine Zehen wurden schwarz, das Fleisch starb ab. Er schnipste es mit den Fingern vom Knochen. Der Dieselkraftstoff, gefroren den Fässern, in den Munitionskisten fanden sie Ziegelsteine. Sabotage an der Heimatfront. Am 13. August steht Micky vor einer der zahlreichen Tonsäulen. Die befinden sich in den Dünen und sollen die Urlauber mit den Programmen des DDR-Rundfunks unterhalten. Jetzt laufen die Nachrichten. Und deren Inhalt lässt die Mutter erstarren. Den Sohn nimmt sie an die Hand und drückt diese beträchtlich. Gebannt lauscht sie dem Wortlaut. Angesichts der aggressiven Bestrebungen der reaktionären Kräfte der Bundesrepublik und ihrer NATO-Verbündeten können die Warschauer Vertragsstaaten nicht umhin, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um ihre Sicherheit und vor allem die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik im Interesse des deutschen Volkes selbst zu gewährleisten. Micky weiß nicht, um was es geht. Die Mutter hingegen ahnt nichts Gutes, hat düstere Visionen. Dies ist der Tag, an dem die Berliner Mauer entsteht. Und das ist der Tag, an dem die Berliner Mauer entsteht.